SINGLE SHOT You serious game? Meine Waffe hat sich nicht umgestellt, ne? Da war einer aufgedacht, oder? Ok Wer ist das? Noch Nice Ah, ich seh ihn Er ist low der Typ, der zweite Ok, er ist unendlich low jetzt Nice Im großen Haus Mein Kopf, mein Aimer hat sich im großen Haus Schön Dan hat ein gelben Suit an, die sind beide ganz oben Durch den Balkon Ist ganz hoher, welcher Balkon? Äh links Das sind zwei Teams, pass auf Ich glaube hier ist auch einer Ich mach nen Rückzieher, Alter Keine Ammo Und das sind zwei Häuser, ey Die campen sich nen Arsch ab Mach mal ein bisschen defensiv, ey Ja, kommen wir jetzt zurück Ich nehm mir die Weini mit Weil ich keinen Scope dafür hab Aufspieler von uns Aufspieler von uns Come on, Alter Aufspieler von uns Wieder low as fuck Der Typ Warum single tapp ich ihn nicht? Das war mit das, weil wir schon wieder so ne Self-Challenge Ich push hoch So ein Lackarsch Ich bin wahrscheinlich dead gleich Third Party incoming Die Kader sind bestimmt Tripsen Leise Ich schieße dich auf mich Sorry Bist du safe? Ne, die Kader schießt Trifft aber nix Ja, jetzt sollte ich Ja Wir sterben seit Party Safe call Ja, ich seh schon welche dahinten Die dort sind Das ist die Vector die schießt 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 Oh Mann ey, was haben die für'n Scheiß Gear ey Ich bin gleich dead Von unten habe ich bekommen Von unten habe ich bekommen Gott Auf ihn Und der nervt langsam Der hat auch keine Weste ey Wo ist denn unser K-Schützen-Legenden-Gott hier? Der ist irgendwo hier rüber gemoved Aus Ausspieler vor mir Äh, Südosten Da muss ich mich heilen kurz Nimm mir den Koffer Ich glaub der hat drei, heilt mich Geh mal näher ran an den Ich glaub der checkt's nicht Not Ich hab ihn till heilt mich Nice run Vorne hinten an dem Wittchen da hinten Auch zwei Leute Einer drinnen, einer auch outside Ja gesehen Beide outside Die haben gleich ein richtiges Zonenproblem Nehmen die Boys. Wo ist der? Ist der tot? Der wo über uns war? Der andere liegt in der Check. Liegt in der Check. Hab ihn, hab ihn. Hinter uns war einer. Ist der tot oder was? I don't know. Jo, du bist safe. Nice. Wie viel First Dates hast du noch, wenn du dich geheilt hast? Eins. Okay. Ich auch. Ich mach risky Move. Ich hab weder Westen noch Helm. Mein Gott. Ich hab weder Westen noch Helm. Oh. Ja, Rennen. Tricks Game, Alter. Tricks Game, Alter. Hätte ich, glaube ich, gar nicht holen sollen, ey. Ich mein, ich hatte drei Helm, aber trotzdem. Der hat nicht mal geschafft, mir den Kopf zu schießen, ne? Ich mein, hätt nicht viel Unterschied gemacht. Aber, just saying. Müssen die nicht selber total weit Moven, Alter? Warum treiben die so auf uns, ey? Check ich nicht. Was? Was? Das war Tripsen. No. Nein, der hat 1 HP, der Typ. What? Wie in aller Welt überlebt der so viele Hits? No way hat der das überlebt, ey. Auch keine Steps, der Typ. Ist einfach da, ey. Kein Plan. Wie in aller Welt überlebt der diesen Spray, Mann. 3er Weste. 1 HP, 3er Weste. Irgendwie sowas. Da, warum höre ich ihn da nicht steppen? Das hörst du immer in dem Game. Vielleicht, weil ich zu viel geballert hab. Kein Plan. Angeblich sind nur 3 Hits connected und dann nichts mehr. Ach, das war ein Game Fail, ey. Das war ein übelster Game Fail, Mann. Das war ein Jahr langer. Bis zum nächsten Mal. Denn die Zeit war ein Friedenskopf. Da, warum ist es ein Film war? Das war ein Film war ein Film im Spiel. Das war ein Film war ein, wie du dazu, alsang. Beides sind nicht zu? Das war ein Film war ein Film. Bis zum nächsten Mal. Access Gedanken. Ich habe mich jetzt schon mal für das Mal. Das war ein Film war. Vielen Dank.